Musik Im vergangenen Heute bin ich gewesen mit der Schlichen in Wilne. Versteht sich als mein erster Besuches gewesen in den jüdischen Gehirn. Ich schließe es mit dem Vorsitzenden der jüdischen Gehirn in Litte, Freund Shimon Alperovic. Meine erste Frage ist, was stellt man sich vorhanden, die Gehirn in Litte und in Wilne zu befragen? Was kann ich sagen? Ja, sehr viel. Ich kann sagen, Litte vor dem Krieg, vor dem Zweiten Mohamed Krieg, ich gewinne ungefähr mit Wilne im Kreis 250.000 Jüdden. Und in der Gehirn haben wir ungefähr 3, 4 oder bis 5.000. Ganz Litte. Ganz Litte. Und die Mehrheit in Wilne erkennt er wahrscheinlich, was er tut. Zum Bendeuerung 95% litwische Iden, Litorkes, sind gern gemordet. Und zwischen Sie ist nicht wenig meine Gräber. Ganz viel. Ungefähr 40. Ich habe geschrieben, man kennt das Projekt wahrscheinlich. Ich weiß nicht, aber man wäre so gewinner geworden. Aber ungefähr, ungefähr 40 Menschen. Sehr gräßet, Tragödie auf unseren Rittischen Volk. Von den Litwakern, von Litwischen Iden. Aber... Ihr geht um weiter. Ja, ich habe ein bisschen Optimismus. Weil sie haben gehört, vernichten. Alles. Aber das machen, das sagen wir, zu gehen weiter. Entwicklung der Kultur. Was soll das sagen? Sehr viel. Wir sind sehr reaktive Gehele. Und wir haben die Organisation nicht nur in Wilne. Die Mehrheit und nicht nur in Wilne. Aber sie dauern in Kornas. In Memer Kleipeda. In Schau. Die Mehrheit stellen die Vakern in Schau. In Pornowisch und Wilpomir. Oder Ugmergeist. Das heißt, dass wir leben. Wir haben 27 jüdische verschiedene Organisationen. Wir haben viele Jugendliche. Wir haben viele Jugendliche. Also, wir kennen da gefühlen. Wir sprachen es. Und wir reden noch jüdisch. Und das ist wichtig. In Wilne, in den ersten Zeiten. in den sowjetischen Arbeiten. Haben die Jäden getroffen in Gass. Und gerät zwischen sich jüdisch. Und nicht gehabt mehr zur Reihe. Versteht? Und wir haben die, wie heißt das? Wie heißt das? Dramatoren, die jüdische. Gewinnen, die Ensemble. Und was wir gekannt haben. Und dann habe ich gemacht. Und wo ist der alte Schiff jetzt? Ich habe gesehen, du hast auch kreislich. Sei es auf sie alle Sachen. Da musst du verpensionierte. Ja, ja. Und so weiter. Und so weiter. Weil so hoch hier steht. So hoch sind geblickmeldet der Mensch. Nein, Frau Wollste. Da haben wir auch ein interessanter Prozess. Die ländische Jungen fortabweck und die bleiben. Ja. Früher sind geformte Inde. Jetzt verkehr. Bleiben die Inde. Wir haben eine Organisation von die Kleidinke. Von fünf, sechs Jahren. Und nachdem haben wir von Jugend, von Studenten und Parade. Ein Gäscher-Klub von von 30 bis 50. Und wir haben einen wunderbaren Klub für Senioren. Und wir haben einen sehr Zug. Sie kommen und sie sehen. Das war sehr gut. Sie treffen uns. Ja. Ihr habt den größten Binnen. Was ist das, was Sie schon vermählen? Nein. Ich will auch sagen, der Binnen ist nicht unser. Wir reden über Lucha. Und wir können es nutzen. Wir sind auch kommunalisch. Ja. Ja. Wir haben alleine gemacht. Aber mit Joint Hilfe, wir können einen guten Remont machen. Aber wir sind so gekommen, wir haben zwei kleine Zimmer. Ja. Und wir sind so gekommen. Ja. 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 Aber es ist nicht so, dass ein maluchischer Antisemitismus offiziell ist, aber es ist doch sehr viel Antisemitismus. Eine neue Börechnung, die Frage ist von deswegen sehr wichtig. Ich weiß, eine jurorin mit Lonsan Duval, sie kommt vor, also mit Dracke, und von deswegen, was ist die Art von Iden, von der jüdischen Kirche? Wir kriegen nicht in die Politik. Jeder riecht, wer sagt, was er will, und wer will, kann man in die Wahlen, wie er will. Aber wir stellen nicht in den Kandidaten, in den Deputaten, in die Municipalitäten. Aber er ist nicht in den Kandidaten. Er ist ein Mitglied von der Partei von Konservatoren. Aber er – in die Hoffnung von der jüdischen Gäublein, aber er ist ein Mitglied von der jüdischen DEPF. Also hat er nicht in die interesse. Aber es ist wichtig. Aber es ist nämlich ein Mitglied, dass es ein Mitglied von der jüdischen Schrift, der jüdische Menschen einst. haben wir 27 Mitglieder. Und mit denen haben wir einen wunderbaren Kontakt. Wir haben einen Rat, wir haben eine Verwaltung. Und das Problem lesen wir alle, demokratisch. Wo sind die Prioritäten von der Organisation? Unsere Prioritäten von der Riederschaft. Wir haben sehr viele Prioritäten. Aber das ist soziale Arbeit, weil sehr viele Menschen leben sehr schlecht. Was ist mit Essen, mit Medikamenten? Wir haben ungefähr bis 20 Programme. Patronage und Essen und Medikamenten. Sehr viele verschiedene Programme. Kinder, Nazi-Wiktime und so weiter und so weiter. Kultur, sehr viel. Wir haben durchgeführt drei Liedkongressen von Liedtweckers und Weltkongress. Das ist sehr interessant. Wir haben im Opertheater, unser Erster, was sich auf Mangel im Arbeiten haben. Wir haben 200 Jahre gestorben in der Wilner-Gaun. Und der Präsident Wozowski hat sich gewöhnt und er rausgetreten mit der größeren Rede. Drei Kongresse, verschiedene Konkurse, sehr viele Programme, kleine. und so weiter und so weiter und so weiter. Eine Woche zurück ist bei uns gewöhnt, ein Kanter von New York, Melo Vane, Joseph Melo Vane, mein guter Franz. Er ist speziell gekommen und er hat eine Konzerte in der Synagoge. Wir haben einen guten Kompositor, Schenderow. Ein jüdischer Kompositor, der schreibt wunderbare Sachen. Wir haben Künstler und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist die Kultur. Und Politiker, Politiker. Weil wir brauchen, wir kämpfen gegen dieses. 15 Jahre haben wir gekämpft, zu kriegen die Rusche. Und wir haben das Gesetz gekauft. Und wir haben das Gesetz. 128 Millionen gibt es recht durch 10 Euro. Ich sage, ein bisschen ist wenig, aber es ist besser als keine Sachen. Ja, ja. Und verschiedene Sachen. Und die Menschen, die hier kommen, sind dort sehr viele Menschen, die nicht als Geschenk oder ihr Leben allein. Wie kommen sie hier, in der Reihe, in dem Klub haben wir verschiedene Sachen. Mir gibt es nicht zu viel in sich allen. Ja. Ich meine, das ist eine sehr wichtige Sache, zu stützen die alte Leute. Ja. Und verpflanzen in die Jungen, abes Lidischkeit. Das ist schwer, aber bedankt zu sein. Und größere Gerüche, aus Willen für mich. Ja. Ja. Danke für die Grüße. Bitte. Danke. Ich verloss den Binnen mit einem nostalgischen Gefühl. Amul haben sich mit den Trepp, A Ruf und A Ropp getrogen, die Talmidem von der Tarbott-Gymnaasie. Amul amul, beständig im Wasser von Zeit fallen die Werther, und bleus schüttere Kreisen zergehen sich über der Oberflach. Untertitelung des ZDF, 2020